Meine Lieben und Willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr seht, bin ich wieder in meinem Zimmer. Und letztes Mal haben wir noch nicht dazu gesagt, unser Video wurde dazu unterbrochen, weil mein Speicher voll war. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir einen zweiten Teil von den 10 Artenvideos machen. Und deswegen geht es jetzt gleich los. Die Indische. Wie ihr seht, wie ihr seht, wie ihr seht, wie ihr seht? Eigentlich ist es nicht von ihnen. Wie ihr seht? Wie ihr seht, wie ihr seht, wie ihr seht? Ein bisschen weiter dem HaNS. Wundervere ich das gemerkt, nicht die先生 Erde. Die Tussis. Och Mann! Ist jetzt nicht dein Ernst, gell? Der Lippenstift ist kaputt, Alter. Ich könnte schon da ausflippen. Ey, Scheiße, krieg ich den Koffer nicht auf. Ist auch nicht dein Ernst, gell? Oh, das ist schön. Was ist das für eine Unordnung? Hier eine Schere, Bürste, Cocktuch. Du Scheiße, von meiner kleinen Schwester auch noch die peinliche Ente. Och nee, gell? Meine Fresse, ey. Kann ich schon da ausflippen. Eigentlich ein Lippenstift, der ja nicht kaputt ist. Ach ja. Ey Toi, diesmal ist er ausgetrocknet, ne? Ist auch nicht dein Ernst, ey. Waschenfettentrale. Anna und Elisabeth fühlen sich auch nicht ihr Ernst. Von meiner kleinen Schwester. Warum muss ich mir mit der blöden, kleinen... Mann, das sieht so grässlich aus. So, das wäre gemacht. Perfekt. Perfekt. Das ist echt so schwer. Es ist echt so schwer. Der labert in der Pause in meinem Schloss. Über Kunst. Über Jung. Am liebsten über uns. Jungs gegen Mädchen. Mädchen gegen Jungs. Die Kuftis. La 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 la. So up tonight. Scheiße, meine Kopfhörer sind weiß. Ich muss mir unbedingt neue kaufen. Mama, meine Kopfhörer sind weiß. Darf ich eine neue kaufen? Scheiße. Oh Gott. Die wie ist weiß. Die wie ist weiß. Oh, Scheiße. Ja. Das kannst du auch mal machen. Nichts? Hallo. Kannst du das mitten? Ähm, das war meine Mutter. Sie, ähm, hat gesagt, gefragt, ob wir was Weißes anziehen wollen. Hm. Bestimmt kein Weiß. Die hat einen Vollfaden. Ach. Mein T-Shirt, das ist nicht... Mein T-Shirt ist nicht schwarz. Meine Hose ist nicht schwarz. Nein, du bist fast weiß. Hallo Mama. Hi. Ähm, du hast ja Geburtstag, gell? Ja. Also hier ist dein Geschenk. Einmal ein Slush-Becher. Geil. Dann hier das Minions-Heft aus der Rewe. Und alle Sammelkarten. Ist sogar schon voll. Geil. Eine Berlin-Tasche. Oh, danke Mama. Und ein H&M-Bademantel. Geil. Hi Mama. Hi, du hast ja heute Geburtstag. Mhm. Dann möchte ich dir auch was schenken. Oh, danke. Das ist die Beste. Einmal ein Slush-Kart. Oh, cool. Den hab ich mir schon immer gewünscht. Dann ein Minions-Heft. Das ist sogar voll. Oh, cool. Dann... ...eine coole Berlin-Tasche, damit du auch richtig angeben kannst. Oh, wow. Das ist die Beste. Und du auch. Und dann noch so einen geilen Bademantel im Tier-Look. Wow. Das ist ja Leopard auch noch mein Lieblingstier. Ach, Mama. Komm, lass dich drücken. Das ist die Beste. Und was hat eigentlich deine Mutter gekriegt? Ach, die hat nur Müll gekriegt. Okay. Die Musikalischen. Nein, wir machen's. So, walk goodbye. So, walk the night. 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 So, walk the baby. So, listen, who we're low. And I'm never living too low. And I'm gonna get it on my mind. So, run it down now. Ooh, 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 ooh. See, we're gonna run and there we all. Wave, we're gonna stereo. Hey. And I said a way to new. Oh, yeah. We, why don't say am I will you now. Ummjadi na cawé tu curioso. De na cie Je nas collo une dell D. So, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da oder gebt einen Daumen nach oben. Und was auf die Glocke? Genau. Könnt auch einen Kommentar schreiben. Und hier, Vanessa möchte noch was sagen. Ich möchte noch sagen, es soll auch nicht sein, damit ihr euch über uns lustig machen könnt. Denn es braucht auch gar keine Hater eigentlich zu geben, weil wir haben es gemacht, damit ihr mal lachen könnt. Und ja, das ist halt nicht ernst zu nehmen. Oder wir wollen auch keinen damit beleidigen, wie zum Beispiel jemand, der aus Indien kommt oder was weiß ich, die reich sind. Aber es ist halt nur zum Lachen da. Und ja, jeder, der haten will, der soll es gar nicht erst angucken. Genau. Und erst mal ein Riesendank an dich, Vanessa, dass du an meiner Seite warst und mir geholfen hast. Und dann hoffe ich euch, das Video hat gefallen. Entschuldigung für meinen Ausdruck. Ich habe gerade ein bisschen komisch angefangen, den Satz. Und habe gerade irgendwie was komisches gesagt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hoffe ich euch, hat das Video gefallen. Und lasst ein Abo da. Tschüss. Bye.